So, ich habe mich dazu entschlossen, doch noch ein paar zu machen. Dann habe ich nämlich direkt auch für Montag noch einen. Und das wäre ja ganz sinnvoll. So, da ist Börbel. Kann ja nicht schaden, ein bisschen was im Voraus aufzunehmen. So, da ist Börbel. Ich weiß schon gar nicht mehr, wo man hier lang musste. Konnten wir hier noch irgendwas tun? Ich weiß es gar nicht mehr. Ich weiß gerade nicht mehr, wohin wir mussten. Ich bete einfach, dass ich irgendwie den richtigen Weg finde. Hier oben ist auf jeden Fall Börbel. Ich glaube, wir sind aber ganz komplett falsch. Jetzt geht es, glaube ich, schon gar nicht mehr. Ich glaube, wir mussten hier hinten hin. Ja. Nein. Nein. Da, genau da müssen wir hin. Manchmal könnte man sich so einige Wege sparen. Ach komm. Machen wir einfach. Dann haben wir wenigstens unsere Ruhe. Ja, komm. Und beruhigen. Sehr schön. Gut. Und dann, ich will hier unten hin. Oh, nein. Ich würde eigentlich nur mal kurz was ausprobieren. Aber, naja. Warte, oder war das mit, du, Schuss? Oh, komm. Noch einmal. Und. Komm, 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 komm Ja Ei, 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 wie viel Leben haben wir noch? Och du, grüne Nona Mit dem Ding können wir hier auch nichts machen Wo soll denn hier noch was sein? Nein Da hinten Hier ist noch was Und hier hinten Und ab auf die nächste Insel bitte Nicht zu viel riskieren Nee, wir reinigen dieses Gebiet jetzt Ach du, grüne Nona Ja klar, jetzt greifen wir den wieder an Das überlebe ich nicht Nein, ich steh Wird gerade sein, wir können dich doch noch gar nicht verruhigen. So. Ach Mist, jetzt benutze ich ja schon wieder das... naja. Warte. Warte mal helfen. Es ist nicht gerade einfach hier. Rein theoretisch könnte ich gleich wieder zurückgehen, weil ich eh wieder sterbe. Ei, ei, ei. Harte Brocken. Zip into the back. So, ich will ja mal kurz nach hier hinten gucken. Boah, dieser rote Bildschirm macht einen aber so ein bisschen zu schaffen. Okay. Hier wäre dann quasi das Ende. Hier wäre dann so der Weg zur Flutbrücke. Oder? Oder? Kann ja noch sein, dass da hinten der Flügel ist, den wir brauchen. Ich weiß, wir haben nicht mehr wirklich viel. Hier hinten ist auch noch was. Okay, wir haben's. So, wir machen das erstmal. Wir müssen's ja noch nicht einbauen. Wir müssen's noch nicht einbauen. Weil dann würde ich immer mal wieder jetzt kurz zurück und die letzten drei Inseln fertig machen. Es sind ja jetzt, glaub ich, wirklich nur noch... Oh Gott, die muss niesen. Okay. Also nur noch die Inseln hier. Die möchte ich auf jeden Fall noch fertig machen. Dafür müssen wir uns aber vorher halt erstmal heilen. Und ein neues Balsam herstellen. Okay. Kann er mal das hier probieren? A Harmony Bun? Really? Why not? Isn't that supposed to be reserved for matchmaking ceremonies? Well, yeah. But I figured we aren't gonna have one of those any time soon. And it would be a shame to let it go to waste. Pretty bad taste. Pretty bad taste. Wanna bet? Try it. Okay. It's better than any of those I had in the apiary. Maybe because it doesn't have the bitter aftertaste? Haha. That would do it. That would do it. Well, that's it. It's over. Aw. You don't look happy. No. I'm not happy. Not only did I just finish the last book I hadn't read. But on top of that, it's to be continued. You just need to make up the sequel. Haha. You idiot. Um. Wait. Are you serious? Of course. Why not? I don't know. I can't write stories. You don't need to write it. Just picture it. How does your book end? Hmm. The two space outlaws enter the ranch at night. Set it on fire. And fly away with the cows on board their spaceship. What's cows? They're like weird creatures with horns and hooves. Okay. Then... Those guys fly away with the cows and... Those ladies fly away. Ha. Okay. So the ladies fly away with the cows on board their spaceship and... They run out of flow. There's no flow in this universe. What do they have? It's weird. Some liquid rock that results from decomposing organisms buried underground for millions of years. Huh. Pretty wild stuff. Okay. So they run out of liquid rock. And they need to travel millions of years into the past in order to kill the cows. That way their carcasses will decompose. And they will have magical liquid rock when they come back to the present time. Hmm. I doubt this is what the author intended as a sequel. But you have my attention. You have to leave the boat... So good. 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 Dann würde ich sagen, stellen wir jetzt nochmal ein bisschen was zum Heilen her. Wir brauchen hier noch ein bisschen was. Wir können ja nicht ohne irgendwas dahin fliegen. Und dann beseitigen wir da auf jeden Fall noch den letzten Rost. Die besiegten Viecher kommen ja zum Glück nicht wieder, wenn ich mich recht entsinne. Das heißt, Tod ist Tod. Folge dessen haben wir dann ja nicht mehr so viel, was uns da verletzen könnte. So, dann gehen wir. Gucken wir mal kurz, wie unser Leben ist. 300, 300, das ist super. Ach, Gottchen. Gut, habe ich hier sonst noch irgendwas? Nein. Boah, das würde, denke ich, passen. Und dann würde ich sagen, machen wir das auf jeden Fall beim nächsten Mal weiter. Und bis dahin, viel Spaß mit dem Park. Check that we have enough rust.